Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur wenn Sie wollen. Ja! Neun, schau dich lieber nicht! Doch brav! Gehen Sie aus dem Weg! Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Ist das schön!